Hallo und ich bin meine Freunde und herzlich willkommen zu LS2013 mit Corsten. Hi Corsten. Ja und hier ist natürlich auch wieder euer El Pitcher Meyers. Heute haben wir keinen Gast da. Deswegen können wir... Wir haben heute keinen Gast haben wir heute da. Deswegen können wir dich heute so richtig rumlassen. Und es gibt keine Zeugen. So, du holst jetzt die Küche, die Schere und das Lineal. Und schneide die Gräse genau auf 5 cm ab. Ja, dann kann ich das mal nicht auf andere zu tun. Nein, nein, das ist deine Aufgabe heute. Ich habe keine Zeit. Was hast du damit zu tun? Wir müssen noch auf dem Feld die Ballen sammeln. Ah, okay, dann mache ich das gleich schnell. Dann kann ich dann da anfangen zu kuppern. Okay. Dann werde ich da gleich stimmen. Äh, Dings, die geballt sind alle, gell? Das ist alles. Komm, Mann, weg da. Mann, der Hahn, der geht mir auf den Nerven. Ja, der braucht jetzt unbedingt mal ein paar weibliche Hennen. Mann, wird langsam Zeit, dass wir auch mal Mais ernten. Welke Kühe, meinst du? Ja, wieso? Nee, brauchen wir ja nicht. Wir können die auch so ernten, dass wir das ja verkaufen können. Ja, stimmt auch, ja, ja, ja. Aber das Gute ist, die Felder gehen nicht kaputt hier. Solange wir sie nicht kaufen. Und ich glaube, verfaulen ist hier sowieso ausgestellt. Auf der Map. Was meinst du? Verfaulen ist eh ausgestellt. Verstehst du mich so schlecht heute? Was ist? Was? Hallo, hörst du mich? Nee. Na doch, eben schon. Verarsch mich halt. Sammel. Ja, ich mach doch schon. Wie verkaufen wir dann gleich wieder? Brauchen wir nicht extra ablagern? Und ich noch mal rüber. Wie noch mal rüber? Weil er was stehen gelassen hat. Oh Mann, Entschuldigung. Ja, warum fahrst du so? Warum fahrst du nicht anders? Von der Länge her? Weil hier auf der rechten Seite von dir, auf der linken, ist ja schon alles frei. Fahrt doch längs. Mann, da stellt es sich jetzt ge- Oh. Ja, ihr meint, ihr necht? Was bin ich jetzt? Der Bauer, der Knecht? Ein hässlicher Vogel. Das weiß ich. Aber, weiß ja. Du bist nicht besser. Das sieht nach Regen aus. Ja. Was sagt der Wetterbericht? Nee, Sonne. Nee, Sonne. Regen erst am Donnerstag, also in drei Tagen. Was pflanzen wir hier dann? Boah, was pflanzen wir an? Ratze oder so? Okay. Haben wir eigentlich schon die Erntemaschine gekauft für den Meissen? Nee, gerne, oder? Haben wir nix. Haben wir nix. Deswegen steht es ja auch noch. Ich hoffe, ich kriege alle. rein, aber normal ist schon. Weil der ist jetzt schon fast voll. Naja, da kriegen wir schon noch was rein. Ja, demnächst werden wir mal unsere erste Köchin vorstellen. Oder, Quastin? Was werden wir? Unsere nächste erste Köchin vorstellen. Ja. Demnächst mal. Weil es hat sich ja eine beworben auf unsere Gesuche hin. Nun müssen wir natürlich schauen, ob die ein bisschen mehr kann wie nur Spiegeleier mit Speck. Was muss ich alles kochen können? Boah, eigentlich alles. Wasser. Ja, das ist schwierig, weil ich kann ganz schön anfrennen, wenn man nicht aufpasst. So, dann haben wir alle. Wieder fangen wir die, ich glaube, in einer. Nein, da liegt keiner mehr. Gut. Dann. Oh, das wird schwer. Müssen wir aufpassen, dass die Eier nicht kaputt gehen. Dann haben wir ja keine Zeit für. Ja. So, ich fahr das gleich mal verkaufen. Mit wieder begleiten. Dann gibt es jetzt ein bisschen mehr Geld. Ja, viel gibt es nicht. Sind ja ein paar mehr Ballen. Ja, aber trotzdem gibt es nicht viel. Ich glaube, 1000 sind es. Aber ist egal. Geld ist Geld. Ja. Ja, ich würde eh sagen, die Zeit wird erst schnell gestellt, wenn wir die ganze Felder gepflanzt haben und so. Hier ist auch noch ein Feld, was wir kaufen können. Da ist, glaube ich, Raps drauf. Das ist noch Raps. Ja. Sind da woanders Felder? Ja, überall auf der ganzen Map sind immer noch Felder verteilt. So. Mal rückwärts ranfahren hier. Kannst du das? Ja. Ja, obwohl es waren fast 3000. 2200 waren es. Na. Das kannst du ja sehen lassen. Wir haben ja glatt reich. Ah, da ist noch eine Weile hin. Ja, wir haben ja 26.000. Ist nicht viel. Ja, aber unsere Maschinen kosten ja auch nicht viel, weißt. Weil wir haben ja keine neuen Maschinen. Wir haben ja die alten, klapprigen. Na ja, wir könnten eine kaufen, aber haben wir noch keine. Soll ich denn meine, warte mal, ich schaue mal schnell. Wir haben da die, pass mal auf. Da war bei dem Mod, war da glaube ich was dabei. Ja, fahr, äh, Mais häckseln. Ja, genau. Aber der nimmt nur eine Spur auf. Ein Reiher. Alter. Und dann muss aber einer, genau. Dann muss der, genau, das ist cool. Kostet 5300. Und da muss dann einer nebenher fahren, damit das gleich auffängt. Ja. Soll ich gleich mal kaufen? Ja, klar. Gut. Irgendwas muss man ja dann noch machen. Äh, wo ist denn jetzt mein Hänger hin? Hast du den Hänger verkauft? Nein, hör auf. Deswegen so viel Kohle. Hallo, dann ist es aber ein Bug. Weil die war gar nicht am Verkauf von Fahrzeugen, sondern am Verkauf von Stroh. Nee, da steht er noch. Hätten wir nicht gewundert, wenn du es verkauft hättest. Ja, 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 ich weiß. Da könnt ihr mal sehen, anstatt er käuft, er käuft. Anstatt er käuft, verkäuft er. Anstatt er so käuft. Habt ihr schon mal jemanden Käuften sehen? Käufen, der Quastin käuft immer. Der Quastin ist ein richtiger Einkäufer. Ein richtiger Käufer. Den habe ich auch so sehen abgekoppelt. So, und ab geht's. Hä, der wird doch ab ihm noch voll angezeigt. Hallo. Ach, bald entladen mit O. Mann, nicht mit Q. Jetzt. Hä, warum habe ich jetzt weniger Geld wie vorhin? Jetzt habe ich nur noch 20.000. Hallo? Ach nee, ich habe ja die. Ja, ja, ich weiß. Oh mein Gott, was bin ich bloß für einen Honk. Ja, ja, aber Schnaps brennen wollen. Ja, das kann ich ja auch nicht. Kommt so jetzt schon gar nicht mehr zurecht. Ich bleibe hier bei meinem Kaffee, den kann ich wenigstens. So, aber bevor jetzt ich anfange, äh, besser gesagt, bevor ich jetzt den Häcksler hole, fange ich jetzt gleich an mit 10. Ja. Das Feld dauert jetzt etwas länger. Ja. Der ist dabei, der hilft. Ja, müssen wir alles selber machen, weil der letzte Knecht hat ja der Basti vertrieben. Ah, der Quastin. Hat den Basti vertrieben, ja, eben schon. Er ist freiwillig gegangen. Ja, weil du gesagt hast, es ist das Beste, du gehst. Mein Schmarrn. Ha. Er hat schon Spaß gemacht mit dem Basti. Und wer von euch mal Bock hat, einfach mal melden, gell. Nicht vergessen. Und auch bei Quastin mal die Videos anschauen. Das auch nicht vergessen. Also der Quastin hat fast keinen Bock mehr, hier mal mitzumachen. Das wollen wir ja nicht. Oder? Wieso habe ich keinen Bock? Ja, weil ich dabei bin. Einer muss ja den Hof auf Vorderbahn halten. Ja, ich weiß, ich kann das nicht. Ich bin da viel zu dumm dafür. Hup, bin ich in die Dornen gefahren. Aha, aha. Aber Fahrzeuge kaputt machen in die Dornen. Mann. So. Also, dann bauen wir hier, hast du gesagt, Raps. Ich bin nicht blau wie ein Schlumpf. Blau wie ein Schlumpf. Ja, bin voll in den Blaubeeren gefahren. Ja. Das bist Papa Schlumpf. So, dann wollen wir mal hier. Senken. Und los geht's. Ach, da arbeitet er ja schon. Ja, ich arbeite die ganze Zeit schon, falls es da nicht aufgefallen ist. Ich hab dich nicht gesehen. Ja. Das heißt nicht, wenn du mich nicht ziehst, dass ich nix tue. Wenn man sich auch so anschleicht. Entschuldigung. Immer vorher sagen so, ich komme. Na ja, mein Schüß hat jedes Mal, wenn die kommt Bescheid. Nein. Vielen Dank.